Hi Leute, ich führe heute den App-Check durch und starte auch gleich mit der ersten App, nämlich mit der Facebook-App für Android. Facebook ist eines der beliebtesten Apps im Play Store und im ganzen Internet, mit ca. 1 Milliarden Downloads. Das neueste Update soll versprechen, dass die Verbesserung der Zuverlässigkeit und die Geschwindigkeit erhöht werden soll. Ich habe das Update ausgetestet und ich finde, die Geschwindigkeit ist durch das Update gestiegen, also es ist schon mal sehr positiv. Und die Zuverlässigkeit hat sich nichts geändert, also es ist wie vorher auch geblieben. Ich habe euch hier mal eine kleine Auflistung an positiven Gründen und an negativen Gründen aufgestellt. Mein Fazit zu der App Facebook für Android ist, es lohnt sich die App zu downloaden und auf dem mobilen Gerät zu verwenden. Wenn man die Facebook-Spiele spielen möchte, empfehle ich es euch lieber am PC zu bleiben. Das neueste Update bringt jedoch kaum Veränderungen, wie es das App-Update eigentlich verspricht. Und an dieser Stelle danke ich euch fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.